In diesem Video geht es um die islamische Revolution im Iran. Ich erkläre dir, wie der Widerstand gegen den Schah und der Aufstieg von Ruhollah Schomeini zum Sturz der Monarchie führten. Außerdem erhältste Informationen über die Ausrufung der Islamischen Republik, die Machtkonsolidierung, den Iran-Irak-Krieg und die langfristigen Auswirkungen der Revolution auf die Region. Die Vorgeschichte der islamischen Revolution im Iran begann mit der Herrschaft des Schahs Mohammad Reza Pahlavi. Er regierte ab 1941 und führte umfassende Modernisierung und Säkularisierungsmaßnahmen durch. Seine Weiße Revolution ab 1963 zielte auf Landreformen, wirtschaftliche Modernisierung und die Stärkung der Frauenrechte. Diese Politik führte jedoch zu wachsendem Widerstand von konservativen geistlichen und linken Gruppen. Die autoritäre Regierungsführung des Schahs und seine enge Beziehung zu westlichen Ländern sorgten für zunehmende Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Ruhollah Schomeini, ein schiitischer Geistlicher, wurde zu einem der schärfsten Kritiker des Schahregimes. Er lehnte die Weiße Revolution ab und kritisierte den Schah für seinen westlichen Lebensstil und seine Unterdrückung des Islam. 1964 wurde Schomeini ins Exil verbannt, zunächst in die Türkei und dann in den Irak. Von dort aus verbreitete er seine Ideen, indem er Kassetten mit seinen Predigten heimlich in den Iran schmuggelte. Sein Konzept der Herrschaft des Rechtsgelehrten wurde zur ideologischen Grundlage der Revolution. Die Proteste gegen das Schahregime begannen 1978, nachdem der Schah eine diffamierende Zeitungskampagne gegen Schomeini gestartet hatte. Die Demonstrationen wurden von verschiedenen Gruppen getragen, darunter religiöse Konservative, Linke und Liberale. Der Schah versuchte, die Unruhen mit Gewalt zu unterdrücken, was jedoch zu weiteren Protesten festgelegt. Die Proteste und Streiks nahmen im Laufe des Jahres 1978 zu und der Schah verlor zunehmend die Kontrolle über das Land. Im Januar 1979 ging der Schah ins Exil und Premierminister Shapur Bhaktia übernahm die Regierungsgeschäfte. Ruhollah Schomeini kehrte am 1. Februar 1979 aus seinem Exil im Irak zurück und wurde begeistert empfangen. Innerhalb weniger Wochen stürzte die Regierung Bhaktia und die Monarchie wurde abgeschafft. Am 1. April 1979 wurde die Islamische Republik Iran nach einem Referendum offiziell ausgerufen. Schomeini wurde zum obersten religiösen Führer, Rabah, des Iran ernannt. Eine neue Verfassung, die auf dem Prinzip der Herrschaft des Rechtsgelehrten basierte, wurde im Dezember 1979 verabschiedet. Sie gab Schomeini und dem Klerus umfassende Macht über die Regierung und die Gesellschaft. Nach der Revolution begannen die neuen Machthaber mit einer Säuberung der alten Elite und anderer oppositioneller Gruppen. Unterstützer des Schahs, politische Gegner und linke Aktivisten wurden verfolgt, inhaftiert oder hingerichtet. Die Revolutionsgarden, Passtaran genannt, und die Basic-Miliz wurden gegründet, um die Islamische Republik zu verteidigen. Die Pressefreiheit wurde eingeschränkt und westliche Einflüsse wurden bekämpft. Im November 1979 besetzten radikale Studenten die US-Botschaft in Teheran und nahmen 52 Amerikaner als Geiseln. Sie protestierten damit gegen die Aufnahme des Schahs in die USA zur medizinischen Behandlung. Die Geiselnahme dauerte 444 Tage und führte zu einem schweren Bruch in den Beziehungen zwischen dem Iran und den USA. Präsident Jimmy Carter verhängte Wirtschaftssanktionen gegen den Iran und die diplomatischen Beziehungen wurden abgebrochen. 1980 begann der Iran-Irak-Krieg, als irakische Truppen unter Saddam Hussein in den Irak eindrangen. Der Krieg dauerte acht Jahre und forderte hunderttausende Todesopfer. Er führte zu massiven Zerstörungen im Iran und belastete die Wirtschaft schwer. Trotz des Krieges gelang es Schomeni, seine Macht zu festigen und die Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen. Der Krieg endete 1988.